Der Rohstoff Altpapier ist für Papierproduzenten ein signifikanter Kostentreiber und trägt mit ca. 40 Prozent zu den Papierherstellungskosten bei. Aktuell gibt es jedoch noch keine objektive und wirtschaftliche Methode, die eine hundertprozentige Kontrolle vor der Papierherstellung ermöglicht. Und genau hier ist es unser Digital Eye. Mit einer konventionellen Farbkamera erfassen wir das eingetragene Altpapier und analysieren dieses mit einer künstlichen Intelligenz. Hierfür haben wir ein künstliches neuronales Netz mit Expertenwissen angelernt und können damit beispielsweise die Handelsklassen des eingetragenen Altpapiers mit einer hohen Genauigkeit bestimmen. Die dabei generierten Signale können wir dann für den nachgelagerten Prozess verwenden, um beispielsweise die Ausbeute und die Betriebssicherheit der Altpapieraufbereitung zu verbessern. Damit ist das Digital Eye ein wichtiger Baustein für die weitere Digitalisierung der Papierherstellung.